Neues All-Time-High für Casper mit der Kryptowährung Cas. Diese neuartige Blockchain, die eigentlich alles hat, was Bitcoin auch hat und sogar noch besser ist, weil es keinen Second Layer wie Lightning braucht, hat natürlich gerade mega Aufwind. Dazu kommen gerade sehr viele Listings und auch demnächst Hardware-Wallets. Und das Ganze lässt den Kurs natürlich aufsteigen ohne Ende. Wie ich ja schon in vielen Videos sagte, wer in Casper investiert hat und das seit Anfang des Jahres, der kennt eigentlich gar keinen Bärenmarkt. Und das muss man einfach festhalten. Deswegen hier Neuigkeiten rund um Casper. Hey und willkommen bei der Krypto-Eule. Spannende Nachrichten rund um Casper, die hier alles passieren gerade und die Kurs natürlich weiter anfeuern. Wir sehen hier eine wahnsinnige Reise, die Casper hier hinlegt. Hier Casper auf Maxi Global, seit dem Listing ein Wahnsinn, jagt dem anderen. Auch von der Bankenkrise zwar getroffen, das sehen wir hier, dieses Down, aber seitdem steigt es immer, immer weiter. Und das ist natürlich Wahnsinn. Also Casper legt hier wirklich eine Reise hin, die ist Hammer. Aber wir müssen ehrlich sein, Casper ist natürlich auch neu, ist toll und für viele die nächste Möglichkeit, um an etwas zu partizipieren, das wie Bitcoin ist, weil es keinen Geschäftsführer hat, keinen ICO erlebt hat und auch dahinter keine Person steht, die sagt, so, das war's, auf Wiedersehen. Also das Thema Rackpull-Gefahr, beziehungsweise auch Scam- beziehungsweise Betrug-Gefahr. Das sehen wir hier bei Casper nicht, weil es gibt eine Person, die hat das Protokoll geschrieben, das Protokoll veröffentlicht. Seitdem läuft diese Proof-of-Work-Blockchain, die meine Arbeiten, viele Nodes sind hinzugeschaltet, Transaktionen werden bestätigt und die laufen so schnell. Und das sehen wir hier. Und das sorgt natürlich für wahnsinnig großen Aufwind an dieser Stelle. Casper ist seitdem wahnsinnig gestiegen. Das sehen wir hier auch bei CoinMarketCap und wir sehen, dass sie immer weiter auch in der Rangliste steigen. Und das ist für viele Leute sehr, sehr spannend, weil mittlerweile überholt Casper immer mehr bekannte Kryptowährungen. Das sehen wir hier. Casper finden wir jetzt hier auf Platz 217, was natürlich für eine neue Blockchain, die noch nicht so bekannt ist, aber gerade natürlich durch dieses Kurzzuwachs, den sie hier erleben, natürlich auch immer bekannter wird, muss man dazu sagen. Und Casper wird bald hier bekannte Blockchain, beziehungsweise Points und Tokens überholen. Und zwar sehen wir hier DeFi-Chain kurz davor, den FDX-Token, gut, da schaut nicht mehr viele Leute drauf, den BitGate-Token, BitTorrent und da kommen noch weitere, die hier bald überholen werden. Und sogar Hacks in 16 Plätzen ist Hacks nur noch entfernt. Also da sehen wir ganz viele Sachen, die Casper natürlich bald überholt und das sorgt natürlich für massiven Aufwind und für massives Interesse an dieser Blockchain und das sorgt natürlich auch für steigende Kurse, weil alle sagen, boah, der ist schon so krass gestiegen, ist eigentlich wie so ein kleiner Bullrun, der um Casper gerade passiert, aber nicht nur das Interesse an sich steigt, sondern auch natürlich die Möglichkeiten, Casper zu kaufen. Also wir sehen hier immer mehr Listings und jetzt das Neueste ist Hotbit, was dazugekommen ist und Gate.io. Aber wir sehen auch direkt, bei Gate.io ist sowieso meiner Meinung nach eine Börse, die viel in den letzten Jahren an Ruf verloren hat und eigentlich, ja, es ist zwar noch ein Name, aber so viel passiert auf der Börse nicht. Und bei Casper sehen wir es hier ganz schön und zwar, wenn wir das Volumen zusammenrechnen, sehen wir hier ganz klar, bei Maxi Global passiert am allermeisten, dann bei TX-Bit, das war einer der ersten Börsen, die Casper ja hatte, und nun Hotbit, wo die Daten noch nicht da sind, aber wir sehen hier, dass wieder sehr viele neue Leute durch Hotbit hinzugekommen sind. Das liegt aber auch ganz einfach an der Sache, wenn man sich das anschaut, was hier Hotbit hat, ist es eigentlich ganz klar. Wir sehen hier das tägliche Volumen, wo der Hauptsitz ist in Hongkong, aber hauptsächlich ist das hier interessant und zwar, der Hauptmarkt von Hotbit ist Russland, Türkei und Südostasien. Das ist sehr spannend, weil natürlich viele neue Leute aus anderen Ländern hinzukommen, die dann sagen, hey, Hotbit ist eh meine Hauptbörse, dann eine neue spannende Kryptowährung, die eh immer weiter steigt und das ganze Projekt, wenn ich mir das durchlese, ist es natürlich sehr spannend und dann geht es in die Richtung, dass man sagt, da lege ich doch mal ein paar Euro an. Und wenn wir uns anschauen, auf welchen Börsen es gelistet sind, da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich ein Thema für sich, weil es werden mit Sicherheit noch weitere Börsen zukommen. Egal, ob das Casper Community Team, was sich ja so gebildet hat, was selber die Gespräche führt und sagt, hallo hier, wir machen dann die Community Abstimmung und so weiter, sammeln den Pool ein und so, das, was ja auch bei Gate.io und bei Maxi Global passiert ist, das kann natürlich noch mehr passieren, aber gleichzeitig glaubt mir und egal, ob ich was weiß oder nicht, es laufen immer Gespräche, um Casper zu listen. Für viele Börsen ist natürlich die Schwierigkeit, Casper zu listen, diese Blockchain zu integrieren. Also viele haben Probleme, neue Blockchains zu integrieren, deswegen dauert es natürlich. So Börsen wie Gate.io und Maxi Global, die eh ständig neue Sachen listen, für die ist das eigentlich ein Klacks, weil sie darauf mittlerweile spezialisiert sind, so muss man sagen. Also deswegen, es liegt nicht immer daran, dass kein Interesse an Casper herrscht, beziehungsweise Casper Listings herrscht, sondern einfach auch vom Technischen manchmal der Aufwand so groß ist, dass das Ganze so ist, dass man sagt, es dauert noch eine Weile, bis das Ganze online gehen kann. Und deswegen kommen natürlich noch viele spannende Sachen hinzu und wie gesagt, jetzt durch neue Länder mit Hotbed ist das Ganze natürlich noch mal viel, viel interessanter für neue Leute im Markt. Und wenn wir auf das Hauptmarkt mal nochmal von Casper schauen, ich weiß, ich habe es schon oft genug erwähnt, aber ein spannender Tweet, den ich hier gefunden habe und zwar das hier. Michael Saylor postete eine Tweet, Be your own bank mit Bitcoin. Daraufhin schrieb jemand das hier und zwar Kein CEO, kein Board, no ICO, kein Börsengang, keine VCs und so weiter, global, dezentral, unveränderlich und so weiter. Das Ganze, was wir von Bitcoin kennen. Ja und dann hat jemand das hier geantwortet und das finde ich sehr gut und zwar Kein CEO, kein Board, kein ICO. Everything you wrote is exactly the same as Bitcoin. Also alles, was er hier oben geschrieben hat, ist genau das gleiche wie bei Bitcoin. 1,4 Jahre alt, 230 Milliarden Cap, also da geht noch viel, deswegen ein Plus. Und das Ganze ist natürlich wahnsinnig schnell. Das sehen wir hier. Wenn eine Bitcoin, eine normale Bitcoin Transaktion ohne Lightning 10 Minuten dauert, dauert es bei Casper eine Sekunde. Jeder, der eine Casper Transaktion in der Wallet gemacht hat, also mal zu jemandem anderen, jetzt nicht von den Börsen, wir wissen gerade, Maxi Global hat mehr Bestätigungszeit hinzugefügt, deswegen dauert es bei Maxi Global gerade etwas länger. Das ist einfach, weil sie mehr Sicherheitsmerkmale eingefügt haben. Das ist von Maxi Global aus, können wir jetzt aktuell nicht ändern, vielleicht wird es nochmal geändert, ist aber eine Maxi Global Sache, das liegt nicht an der Casper Blockchain selber. Aber wenn man schon mal eine Transaktion von Wallet zu Wallet gemacht hat, zum Beispiel, ich erstelle mir jetzt einfach zwei Wallets, eine Hauptwallet und eine zweite, einfach mal um zu schauen, was hier abgeht, vielleicht auch, wenn mal bei der Casper Blockchain viele Sachen hinzukommen, wie NFTs, Dexes, was weiß ich, was da alles kommen könnte, weil ja auf dieser Blockchain im Prinzip eine zweite Schicht, kein Layer, sondern in dieser Blockchain selber, kann man Smart Contracts direkt auf der Blockchain aufbauen, ohne Layer 2 und so weiter, so wie man es ja auch bei anderen Blockchains kennt, aber bei einer Proof-of-Work Blockchain ist das etwas Besonderes in diesem Fall. Und deswegen ist es sehr spannend, was hier noch kommen könnte. Deswegen eine zweite Wallet macht vielleicht Sinn und dann kann jeder nochmal sagen, pass auf, ich schicke jetzt mal einen Casper zu meiner zweiten Wallet, wow, wie schnell ging das denn? Und genau das kann man sehen, das kann man spüren und das ist natürlich Wahnsinn. Also, nicht nur, dass Casper diese ganzen Möglichkeiten hat, was alles da ist, unhacket und so weiter, das Ganze läuft seitdem, also die Blockchain läuft auch, die Miner, die arbeiten, die Nodes, die laufen, also da passiert sehr viel, es gibt zwei verschiedene Formen von Nodes, eine kleine, wo alle drei Tage das Ganze neu rebooted wird und das andere wird vorher gelöscht oder eine komplette Node, also wo man alle, eine Full Node in dem Sinne, aber man muss halt bedenken, dadurch, dass wir hier keine 10 Minuten, wie bei Bitcoin, Transaktionsmöglichkeiten haben, sondern eine Sekunde, kommen natürlich Blöcke rein, ohne Ende, das heißt, diese Blockchain ist einfach von den Datenmengen schon wahnsinnig groß, also das heißt, es braucht schon wahnsinnig viel Speicher für eine Full Node, das werden viele Bitcoiner jetzt schon kritisieren, dass sie sagen, war es keine Full Node, aber man muss einfach bedenken, wie viele Transaktionen, wie viele Blöcke hier reingeballert werden und diese Blockchain immer, immer größer in der Datenmenge wird, deswegen gibt es so eine abgespeckte Node-Version, das benutzen auch die meisten und unterm Strich, solange da Nodes laufen, ist das Ganze dezentral und das Ganze läuft natürlich und es kommen auch natürlich immer viel mehr Nodes hinzu, egal ob Mining Node, normale Node und so weiter, es kommen viele spannende Sachen auf diese Blockchain hinzu und dass das Interesse sehr groß ist, sehen wir auch hier bei Mummel.io und zwar ist dieser Kasper Shop sehr, sehr beliebt, muss man ganz ehrlich sagen und was in letzter Zeit sehr beliebt war, neben den normalen Sachen und hier dem ein bisschen geänderten Logo, ist aktuell dieses Shirt, dieses Shirt ist gerade der absolute Renner und ist schon verdammt oft verkauft worden, schaut gerne rein bei Mummel.io, findet ihr im angepinnten Kommentar, vorne sieht das so aus, mit den Kasper Farben und hinten nochmal dieses hier, kann man sich anzoomen, so sieht das aus, Blog Deck Technology. Sehr cool, sehr beliebt aktuell und wie ich höre, auch international, sehr gefragt, schaut da gerne rein, wer sowas haben will, ich finde es cool und wenn wir demnächst irgendwo auf einer Veranstaltung sind und dann heißt es, ja, hier sind auch Kasper Leute und alle rennen mit so einem Shirt rum, finde ich eine coole Sache. Deswegen sehen wir natürlich, dass dieses Interesse, was gerade bei Kasper da ist, wahnsinnig groß ist und ich glaube, diese Reise geht noch weiter. Aber denkt natürlich auch dran, wir haben es gestern im Livestream gesagt, seid nicht zu gierig, geht nicht hin und sagt, pass auf, ich habe einen Cent gekauft, bei 20 Cent cache ich aus, dann habe ich 20x, bam. Ihr müsst einfach immer bedenken, das Ganze wurde gemeint und bevor das Ganze zum ersten Listing kam, konnten Leute natürlich bei den Minern via OTC direkt abkaufen und das haben auch viele getan und da waren zum Teil Preise von 150 bis 500 Dollar für eine Million Kas, ja, man muss mal die Wahrheit aussprechen, das wurde gezahlt und da haben sich viele natürlich die Taschen voll gemacht und deswegen muss man halt immer bedenken, wenn ich jetzt hier sitze und habe bei einem Cent gekauft und hoffe auf 20x durch 20 Cent, dann muss man einfach bedenken, die Personen, die für 150 Dollar für 300 Dollar gekauft haben, die haben bei 3 Cent schon ihr 100x, das muss man sich einfach wegtun und auch im Hinterkopf behalten. Deswegen ist es natürlich so, dass man ganz klar sagen muss, Vorsicht ist hier geboten, weil man darf nicht zu gierig sein. Ich glaube, dieser eine Dollar, auch wenn er im Bereich des Möglichen ist, wenn wir Marktkapitalisierung und so weiter nehmen, muss man einfach für sich selber im Kopf überlegen, wann nehme ich denn mal Gewinne, weil wir wissen alle, wir haben es gesehen bei dieser Bankenkrise, dass hier natürlich auch immer wieder Möglichkeiten für Nachkaufoptionen da sind. Denkt natürlich auch an das Thema Steuer, ein Jahr Haltefrist, bis es steuerfrei ist, müsst ihr auch natürlich dran denken, nicht, dass ihr dann am Ende Gewinne mitnehmt, nachkauft und am Strich habt ihr weniger, weil ihr Steuer noch drauf zahlen müsst. Das müsst ihr natürlich auch bedenken. Das ist ein kleiner Hinweis hier natürlich. Denkt immer dran, kein Steuerberater, aber nur als kleiner Hinweis zum selber überlegen und so weiter für den eigenen Gedanken. Deswegen nicht zu gierig sein bei dieser Kryptowährung. Natürlich freut man sich jeden Tag, wenn man hier reinschaut und sieht, boah, neues All-Time-High. 2 Cent, ja, je nach Börse waren diese 2 Cent schon geknackt. 2 Cent waren, glaube ich, auf Hotbit waren sie geknackt. Bei Maxi Global hier in dem Chart waren sie nicht geknackt. Also nicht verwundern, wie gesagt, je nach Börse, je nach Chart ist das schon mal unterschiedlich. Wenn wir jetzt nämlich hier schauen, waren sie geknackt. Hier war es angekratzt. 1, 9, 9, 4, ja, okay. Also auch bei CoinMarketCap die 2 Cent noch nicht gesehen, aber wie gesagt, bei Hotbit war es der Fall. Deswegen für den Eingang nicht zu gierig sein, das kann ich jedem nur als Tipp mitgeben an dieser Stelle. Ja, sonst gibt es über Casper. Aktuell, ja, wir warten eigentlich, bis das Dark Knight-Protokoll dann eingefügt wird. Wir warten natürlich auf weitere Listings, wir warten dann auf sowas wie Hardware-Wallets, denken wir hier bei Tangem, die werden wahrscheinlich die allerersten sein, die das Ganze auf ihrem Hardware-Card, so nennen sie es jetzt mal, möglich machen werden, dort Casper zu lagern. Und wir müssen natürlich ehrlich sein, viele Leute freuen sich natürlich, wenn sie dann mal ihre Casper absichern können, auch wenn die Web-Wallet natürlich sicher ist, mit den eigenen Seed, die man hat, mit einem eigenen Passwort und so weiter, so wie man es auch von anderen Blockchains kennt, dass die Web-Wallet natürlich sicher ist, ist sie bei Casper auch sicher, keine Frage, solange man natürlich nicht seine Wörter weitergibt oder natürlich den Zugang via Hacker hier am PC verliert. Das ist natürlich auch so eine Sache. Mit so einem Hardware-Wallet ist man natürlich abgesicherter, keine Frage und deswegen, der Code steigt, meine Casper werden immer mehr wert, also eure, für alle, die investiert sind und dann denkt man sich, mittlerweile sind wir da bei so einem Wert, wo wir sagen, so ein Hardware-Wallet, egal ob es ein Ledger ist, egal ob es ein CQX ist oder sonst was, irgendwas, ich muss was haben, um das abzusichern und genau deswegen freuen sich viele auf dieses Hardware-Wallet, wenn es dann endlich geupdatet wird. Das Update kommt, ich weiß auch, dass es schon Test-User gibt, da freue ich mich sehr auf Erfahrungsberichte in diesem Sinne, das wird noch sehr cool. Dann auch die Frage an euch, was haltet ihr von Casper? Also natürlich, wenn man auf den Kurs schaut und so weiter, Wahnsinn, aber lasst euch natürlich nicht vom Kurs blenden, sondern bleibt immer dabei und überlegt, was kann das Projekt, ist das was und so weiter und mein Fazit bei Casper ist und bleibt das Gleiche. Wir haben es in diesem coolen Tweet gesehen, den packe ich auch in die Videobeschreibung, kann man nochmal reinschauen. Es ist ziemlich das Gleiche wie bei Bitcoin. Natürlich muss ich Casper behaupten, aber ich sage es immer wieder, Bitcoin kann das digitale Gold werden. Ich habe absolute Möglichkeiten dazu. Ja, aber wir wissen, es gibt Platin, es gibt Bronze, es gibt Gold und es gibt Silber und hinter Gold kommt nun mal Silber. Kann es also möglich sein, dass wir hier mit Casper das digitale Silber gerade voll im Aufwind und natürlich gerade in der Entstehung erleben. 1,4 Jahre ist diese Blockchain nun alt, das ist noch nicht alt, also da kommt noch sehr viel und denk noch dran, jedes Jahr ist Halving. Natürlich können wir nicht einfach hingehen und sagen, ja, weil bei Bitcoin alle 10 Minuten eine Transaktion, gut, dann packen wir alle 4 Jahre in Halving, passt ja, von der Finalität und der Transaktionsgeschwindigkeit ist ja alles in Ordnung. Ja, bei Casper jede Sekunde eine Transaktion, jede Sekunde ein Block, bam, 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 dann wird die Blockchain natürlich schnell groß und deswegen auch jedes Jahr ein Halving, was nochmal das Ganze verknappt, die Weiner kriegen weniger Belohnungen, dadurch kommt weniger in Umlauf. Das heißt also, wir sehen hier ein Wahnsinnsprojekt und ich denke, die nächsten 10 Jahre, bis der Halvingprozess abgeschlossen ist, glaube ich, werden wahnsinnig spannend hier bei diesem Blockchain und natürlich bei dieser Kryptowährung. Also, ich freue mich dabei zu sein, gerne eure Meinungen zu dem ganzen Projekt und allem, was ich gerade erzählt habe, gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.